Bummels ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich zum Mund hier weiterentwickeln, welcher sich selbst zu Leta King entwickeln kann. Bummels ist ein kleines vierbeiniges und faulty ähnliches Pokémon, das sowohl hell als auch dunkelbraun, weiß und dunkelrose erscheint. Aus seinem Rücken sind zwei dunkelbraune Querstreifen zu sehen, auch die Umrahmungen seiner Augen sind von dieser Farbe. Die Krallen färben sich weiß und Naseaugen nieder und ein länglich-ovaler Bereich auf dem Hinterleib sind dunkelrosa, das übrige Fell ist dementsprechend hellbraun. Vergleicht man die Gliedmaßen fällt auf, dass die Arme etwas länger als die Beine sind. Auf dem waagerecht länglichen Kopf sind mehrere Haarbüschel zu sehen, die runden Augen im Gesicht setzen sich aus weißer Lederhaut und kleinen Spatenpupillen zusammen. Der Mund und die relativ große ovallängliche Nase ergänzen das Gesicht. Das Pokémon besitzt längliche Arme, die an den Händen über zwei Krallen verfügen. An der dagegen kurzen Beine sind ebenfalls solche Krallen sichtbar und in der shiny Form tendiert seine Färbung ins Violette, d.h. hell bzw. dunkelviolett, treten an die Stelle der Brauntöne. Die Form eines dunkelrosa gefärbten Bereiche erscheinen kräftiger. Bummels ist ein langsames und nicht sehr starkes Pokémon. Wird es jedoch angegriffen, zu greift es seine Gegner mit physischen Attacken des Typs normal wie Dreschpflegel oder Zermürben an. Es beherrscht jedoch ebenfalls einige Statusattacken und kann sich so durch Amnesie abhärten, sodass ihm spezielle Angriffe weniger schaden oder den Gegner mit der Attacke Gena in einen Schlaf versetzen. Bummels besitzt die Fähigkeit Schnarchnase, welche seine Faulheit widerspiegelt. Diese bewirkt, dass das Pokémon nur jede zweite Runde erfolgreich eine Attacke einsetzen kann. Bummels ist ein sehr träges Pokémon, dessen Herz nur einmal pro Minute schlägt. In seinem ganzen Leben baut es nur ein Nest, in dem es anschließend lebt. Dort schläft das Pokémon 20 Stunden am Tag und ist auch die restlichen Stunden stets untätig. Das bewegungslose Rumlungern stellt es sehr zufrieden. Dadurch, dass es den ganzen Tag nur rumliegt, benötigt es nicht viel Nahrung. So ist es bereits nach dem Perzerr von nur drei Blättern satt. Jeder, der einem Bummels begegnet, wird bereits von seinem Anblick schläfrig. Manchmal, wenn es zu einem Plus gelangen möchte, legt es jedoch große Strecken zurück. Dabei ist Bummels der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und kann sich zum Mundtier entwickeln, welches sich dann zu Leta King weiterentwickeln kann. Alle Pokémon dieser Entwicklungsreihe sind Faultier-ähnliche Wesen. Im Laufe seiner Entwicklungen wird der Körper das Pokémon voluminöser und größer. Bummels gilt als sehr träges Pokémon und auch Leta King gilt als das faulste Pokémon der Welt. Sobald es jedoch die komplette angestaute Energie auf einmal einsetzt, ist es möglich, kräftige Angriffe zu tätigen. Die Voraussetzungen für diese schafft die Entwicklung, da sie den Körper zu einer kräftigen Statur verändert. Auffällig ist, dass Bummels und Leta King ein braunes Fellbesitz und sehr träge sind, während das Fell der Zwischenstufe Mundtier weiß ist und dieses Pokémon unter Ruhelosigkeit leidet, sodass es, wenn es sich nicht bewegt, in einem unerträglichen Stress fällt. In den Spielen wird den Entwicklungs von Bummels zu Mundtier durch das Erreichen von Level 18 ausgelöst und von Mundtier zu Leta King durch das Erreichen von Level 36. Dabei ist Bummels Immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.